Hallo, herzlich willkommen. Heute schauen wir uns ein Produkt an, eine Steigleiter bzw. Schachtleiter aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, die wir für die Firma HILO entwickelt haben und produzieren. Leitern aus Glasfaser verstärktem Kunststoff fertigen wir schon seit 25 Jahren, immer in kleinen Serien für Sonderkonstruktionen. Die Firma HILO wollte eine Steigleiter, Schachtleiter haben, mit unterschiedlicher Anzahl von Sprossen, allerdings als Serienprodukt. Da mussten wir uns also gewaltig Gedanken machen, wie wir das zu dem Zielpreis auch erreichen. Warum eine Steigleiter aus GFK, also Steigleiter, Schachtleiter, in dem Fall aus Glasfaser verstärktem Kunststoff? Weil die eingesetzt wird, da wo es sehr viel Korrosion gibt. Heißt also zum Beispiel in Kläranlagen und ähnlichen Anlagen, wo man sonst viel mit Rost zu tun hätte. Glasfaser verstärkte Kunststoffe, das habt ihr inzwischen gelernt, Rosten nicht. Deswegen setzen wir die an der Stelle ein. Es ist keine Leiter, die man anlehnen soll. Die wird also fest fixiert. Hier kommen Abstandshalter hin, die die Firma HILO an der Stelle mitliefert, um diese Leiter wirklich ortsfest einzubauen. Die ist nämlich nicht so ausgestattet, dass sie hier unten nicht wegrutschen könnte. Also hier ist nur eine Kunststoffkappe unten drin, kann rutschen. Bei der Leiterentwicklung haben wir uns erstmal überlegt, welche Komponenten wir brauchen. Klassischerweise ein Leiterholm, der griffig ist, den man gut anfassen kann. Man hat die Sprossen, die entsprechend rutschfest sein müssen. Das seht ihr hier auch. Die sind hier in der Oberfläche geriffelt, sind also entsprechend der Norm ausgelegt, sodass man Rutschfestigkeit hat. Dann ist immer die Frage, wie verbinde ich eine Leiter? Bisher haben wir Leitern sehr oft verschraubt, verstiftet, verklebt. Wir haben uns überlegt, wie wir eine schnelle Serienfertigung hinkriegen. Und dann sind wir eigentlich drauf gekommen, dass Schrauben, Kleben, Verstiften, alles zu lange dauert. Und wir haben beschlossen, wir müssen ein neues Verbindungselement kreieren. Was ihr hier jetzt seht, sind kleine Einzel-Elemente, die wir extra gefertigt haben. Wir haben also den Leiterholm. Und hier haben wir die Leiternsprosse. Das seht ihr auch, das ist ein GFK-Profil. Sind eine entsprechende Rifflung schon drin. Also das kann man auch bei einem Pultrusion-Profil machen, dass man eine Rifflung schon direkt einbringt. Die Bauteile so miteinander verbinden kann man. Hält aber nicht. Aus dem Grund brauchen wir irgendeinen Verbindungsteil. Wir haben hier einen Clip, den wir entworfen haben. Haben wir auch komplett selber konstruiert, diese ganze Verbindungstechnik. Haben wir uns überlegt, dass es ja eine Klickverbindung sein muss, um schnell zu sein. Dann haben wir noch den Stopfen, den man hinterher wirklich nimmt, um Sprosse und Holm miteinander zu verbinden. Der dann entsprechend einrastet. Und dann haben wir hier noch einfach die Endkappe, um einfach das Profil unten sauber zu verschließen. Wie baut man das Ganze zusammen? Wir haben also darauf geachtet, dass man möglichst auch wenig Fehler beim Zusammenbau machen kann. Weil jedes Mal, wenn wir in der Fertigung was falsch machen, können wir die Leiter wegschmeißen. Wird nur teuer. Hat keiner was von. Also möglichst fehlerfrei arbeiten. Wir haben also den Clip, der hier in den Holm reinkommt. Den kann ich so einbauen, dass auch die Rifflungen hier in Leiterlängsrichtung zeigen oder in Leiterlänge zeigen. Und der wird einfach eingekleppt. Schon sieht man, das Bauteil ist fertig. Das nächste, was wir machen, ist die Leitersprosse einbauen. Wenn ich versuche, die falschrum zusammenzubauen, seht ihr, es funktioniert nicht. Ich kann die also nur zusammenbauen, wenn auch wirklich die Rifflungen nach oben und unten zeigen. Stecke die komplett durch. Und ich habe schon mal deutlich mehr an Festigkeit hier. Und das, was jetzt noch gemacht werden muss, ich nehme den Stopfen hier. So. So, jetzt haben wir hier eine Top-Verbindung, die auch entsprechend stabil ist. Und mit der wir die Leiter komplett und schnell fertigen können. Dann haben wir noch die Endkappe, die hier raufkommen kann. Funktioniert auch so, dass wir die einfach entsprechend einschlagen an der Stelle. Und fertig ist das Ganze. So, jetzt haben wir euch die technische Lösung gezeigt. Wie kriegt man also Leitersprosse und Leiterholmen verbunden? Das ist ja aber ja noch nicht alles, um so ein Produkt wirklich marktreif zu machen. Da gehören ja auch noch ein paar Tests dazu. Es gibt natürlich immer entsprechende Normen, nach denen eine Leiter gefertigt werden muss. Hat unser Kunde in dem Fall mitgetestet. Das ist also die DIN EN 14396 und die DIN 19572. Die sagen mir jetzt im Detail auch nicht so ganz viel. Hat mir aber erklären lassen von unserem Ingenieur, der maßgeblich an der Weiterentwicklung beteiligt war. Dass es darum geht, dass wir einmal auf eine Leitersprosse so um die 260 Kilo, also 2600 Newton an Gewicht auf 100 Millimeter Breite aufbringen. Dass die Leiter dann auch halten muss, sich nicht verformen darf. Ich wiege jetzt nicht ganz 260 Kilo. Aber ja, wurde entsprechend getestet. Das, was auch noch gemacht wurde, also hier wurde eine Leiter eingespannt an der Stelle. Die wurde an der vierten Sprosse ungefähr unterstützt hier. Und dann wurde auf ein deutlich längeres Leiterstück hinten entsprechend Gewicht draufgegeben. Kann man entsprechend in solchen Normen nachlesen, wie genau die Prüfanordnungen sind. Wurde aber entsprechend Gewicht draufgegeben. Und dann durfte die Leiter nicht brechen und sich auch nicht dauerhaft verformen. Das haben wir alles geschafft. Wenn wir solche Anforderungen von Kunden haben, machen wir erstmal relativ primitive Tests hier. Die teilweise mit Gewichten gemacht werden oder mit ähnlichen Modellen, um zu zeigen, passt grundsätzlich. Und dann habe ich mir noch erklären lassen, dass da natürlich auch Umweltprüfungen dazugehören. Und entsprechend Alterungsprüfungen wird also unter entsprechenden UV-Bedingungen das Altern im Zeitraffer nachgestellt an der Stelle. Damit auch wirklich sicher ist, dass so ein Bauteil entsprechend lange hält. Und dann wird natürlich unter Laborbedingungen das Ganze getestet und auch in mehreren Versuchen nachgewiesen, dass so eine Leiter den entsprechenden Normen entspricht und marktauglich ist. Ja, wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann freuen wir uns über Likes und Follower. Ja, gerne auch Kommentare, was ihr sehen möchtet, welche Fragen ihr habt. Wir antworten.